Durch das Internet wird so viel geschrieben, gelesen und gesprochen wie nie zuvor. Künstliche Intelligenz soll den Traum von der planetaren Kommunikation perfektionieren. Den Weltmarkt führen die USA an, mit einem adaptierten und übersetzten Englisch. Da stellt sich die Frage, was macht Sprache eigentlich aus? Sollten wir sie nicht neu entschlüsseln, bevor sie verloren geht? Heute mit Stefanie Uhlmann, Sprachwissenschaftlerin, die im Rahmen des internationalen Projekts Giving Voice to Digital Democracies forscht, Omolabake Adinle, nigerianische und amerikanische Ingenieurin, Gründerin und CEO des Unternehmens Adjala, das digitale Lösungen für afrikanische Sprachen anbietet, und dem Philosophen Marc Repon, der das Thema ethisch und politisch betrachtet. Drei Sichtweisen für eine bessere Welt. So I basically just said, my name is Omolabake Adinle, but the short form is Abake. I have a PhD in engineering, in machine learning, so even though I was working in investment banking, I'm quite technical, and I'm the founder of Adjala, a company that provides enterprise software for automating interactions in African languages. And most of the mainstream providers don't support African languages, but my company does. So one of the main benefits of the software is making digital services accessible to people who may be illiterate. So we're providing a way to access digital services and financial services in a format that's not just a convenience for like the young urban professionals. My name is Marc Repon, I'm a philosopher. I work on the issues of violence at the center of ethics and political philosophy. Everything is part of a stay of two years old that I made in Moldavie, which was then another republic of the Soviet Union. For decades, they had suffered a systematical policy of russification of the country. There was this situation very characteristic of all the empires, which is the hégémonie of a language. From one side, the hégémonie, and from the other, the risk of a replacement on forms of linguistics nationalism, which replace the language on themselves, which are hostile to every apport of languages and foreign cultures. So the two parameters, the two barriers, it was, from one side, the hégémonie of imperialism, from the other, the replis nationalists. My name is Stefanie Ullmann, I'm a professor at the University of Cambridge and I research on the social and ethically ethical implications of language-based intelligence. Bei unserem Projekt Giving Voice to Digital Democracies geht es primär darum, die ethischen und sozialen Auswirkungen von sprachbasierter künstlicher Intelligenz zu analysieren. Es geht in erster Linie darum, zu sehen oder zu erforschen, inwiefern Vorurteile, Stereotypen in Trainingsdaten bereits vorhanden sind. Trainingsdaten, die benutzt werden, um Algorithmen, neuronale Netzwerke zu trainieren. Und dann aber auch darüber nachzudenken, was können wir tun, was sind die Möglichkeiten, um zu intervenieren. Bei dem Foto würde ich sagen, soll es vermutlich darum gehen, anzudeuten, dass traditionelle Medien wie Bücher mehr und mehr durch Technologie ersetzt werden. Es wird sehr, sehr häufig die Frage diskutiert, was ist Sprache und wozu benutzen wir Sprache, wozu dient uns Sprache. Und in dem Bereich stellt sich mir persönlich eben auch die Frage, inwiefern künstliche Intelligenz unseren menschlichen Sprachgebrauch beeinflusst oder sogar verändert. Also, diese Foto me touche, weil, d'abord, es ist, visiblellt, wie eine Foto in der Klasse. Wir haben die Gefühl, dass es ein Büro gibt, ein Bild, das ist mein Leben, das ist mein Universum. Es gibt ein Computer, wir können nicht wissen, ob die Pages des Buches sind mit dem Computer. Und in Wahrheit, ich arbeite immer so. Ich brauche auch ein Buch neben dem Computer. Und für eine sehr einfache, die wir im Raum zu halten, die unsere Sprache ist. Das braucht Zeit. Das kann nicht automatisch sein, das kann nicht automatisch sein. Das kann nicht so schnell sein, das kann nicht in der Welt. Das ist das Zeit, die wir im Raum zu haben. Und in der Grunde, das ich immer noch bedanken, in der Entwicklung der Artikel-Eintelligence-Artikel, Das heißt, das erste Prinzip ist, dass die Ökonomie der Zeit ist. Und ich glaube nicht, dass die Zeit im Zusammenhang mit der Ökonomie sein muss. A lot of the machine learning models, or as we're saying, the AI models that we're building now are really kind of standing on the shoulders of sort of the accumulated analog information that we have in books, in written form, that's not digitized. And I think it's important to kind of appreciate the fact that whatever models we're training are, they're dependent on data that has been generated by a lot of people, the accumulated knowledge from millennia of human understanding. And as we move forward with sort of this new era of automation that comes from artificial intelligence, I think it's important not to remove that sort of, or to forget that human history. L'héritage des langues, c'est le roman de George Orwell 1984. Toutes les formes de dystopie, c'est-à-dire d'utopie négative, c'est-à-dire d'utopie cauchemardesque qui ponctue la littérature du XXe siècle, ont toujours imaginé, dans le fond, des sociétés tyranniques dans lesquelles l'usage du langage est intégralement formaté, intégralement programmé, intégralement prévisible, sans risque. C'est-à-dire aussi sans risque d'erreur, sans risque d'errance, sans risque d'hésitation, sans risque d'ambiguïté. Que seraient, dans le fond, des rapports humains, des rapports affectifs, des rapports amicaux, des rapports amoureux, dans lesquels tous ces risques inhérents à la langue, celui du malentendu, celui de l'ambiguïté, celui de l'incompréhension, disparaîtraient. Donc nous avons besoin, dans le fond, d'un rapport à la langue qui résiste à tout ce qui voudrait le formaté, le calculé, le programmé. Pour beaucoup de personnes en Afrique, c'est Facebook, c'est Internet, c'est Facebook très important, pour ne pas seulement les contacts avec les gens, mais aussi, pour faire des affaires, et parfois, c'est-à-dire, 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 que, près de l'université, c'est-à-dire qu'on se a commune? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incompréhension? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affaires parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Aber die Realität, die sprachliche Realität und Diversität dieser Menschen ist nicht repräsentiert. Also es wird, man profitiert davon, aber man bleibt gleichzeitig auch bei der dominanten Sprache Englisch. In den USA ist Englisch, die meistgesprochene Sprache der Welt, keine vom Staat festgelegte Amtssprache. 1780 wurde ein entsprechender Gesetzesentwurf vom zweiten US-Präsidenten John Adams eingebracht. Doch der wurde abgelehnt. Damals sprachen Ureinwohner und Siedler viele verschiedene Sprachen. Französisch, Deutsch, Niederländisch oder Norwegisch. Eine zu bevorzugen, hätte die Freiheit des Einzelnen eingeschränkt. Das gilt bis heute. Der Führerschein Klasse C wird in Kalifornien in 32 Sprachen ausgehändigt. Das gilt für die Ausgabe. Das gilt für die Ausgabe. Das gilt für die Ausgabe. die wir erleben. Ich denke, das ist Teil der Grund, warum viele der Mainstream Unternehmen nicht unterstützt die Afrika-Languages unterstützt. Außer von vielleicht eine Frage des Produkt-Market-Fit, ist es auch die Lack-Availability des Daten für die Models trainieren. Und so, ich musste eine sehr wichtige Operation für die Daten der Afrika-Language-Daten für die Models trainieren. Natürlich könnte man, in der einen Sprache, dass sie mögliche Variationen gibt, oder regionaler oder regionaler, die man dann an den Idiomen. Aber es gibt eine andere Art von der Idiomen denken, die der Philosophe Jacques Derrida entwickelt. Es ist weniger eine Lange in der Lange als ein Rapport speziell zu der Lange. Und der Idiomen ist eher eine Exigence. Die Exigence ist, als auch die Lange zu müssen, auch die Lange zu müssen, die Lange zu müssen, die Lange zu müssen, die Lange zu müssen, Die Gebärdensprache, mit der sich Taube und schwerhörige Menschen verständigen können, ist eine visuelle Sprache. Weltweit gibt es heute 70 Millionen Gehörlose. In Frankreich entstand die erste Gehörlosenschule um 1760 und 1778 in Deutschland. Doch über 100 Jahre lang waren sie verboten. Ihre Lehrer wurden verfolgt und inhaftiert. Ein Gesetz hat sie schließlich als eigenständige Sprache anerkannt. Einer der schwierigen Aspekte ist, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir Menschen ja auch nicht alle gleich gut Sprache verstehen oder Sprache nutzen können. Und dann ist die Frage, was ist das Ideal? Ist es das Ideal, dass der Computer, dass er alles versteht und alles reproduzieren kann, wie wir das tun? Also ich kann mich konkret daran erinnern, dass ich einen Artikel geschrieben habe für ein Wissenschaftsmagazin zu dem Thema, was passiert wenn wir Chatbots-Robotern beibringen, wie Menschen zu flirten. Und dort kamen eben auch sehr abstruse Beispiele, sehr lustige Beispiele, wie zum Beispiel, Can I See Your Toolbox? Man kann vielleicht mal vorstellen, wie das, die Programme formatet der Ecke der Säderung. Das Formulungen für alle, wie wir wissen, wie wir dragen, wie wir das. Das hat nichts mit dem Schammer. Das hat nichts mit dem Schammer. Das hat nichts mit den Schammer, mit den Schammeren. Das hat nichts mit dem Schammeren, den Schammeren in den Schammeren, dass man sie beinhaltet, die sich aus der Schammeren verwendet hat, die sich ausdeckend, zu verinneren, zu verinneren, zu verinneren, ein sentiment. Donc voilà, il y a quelque chose en moi qui résiste, je dirais, depuis toujours à tout ce qui est susceptible de formater, programmer, calculer, encadrer, prédéterminer notre rapport au langage parce que j'y perçois quelque chose qui perturbe ce qu'il y a de profondément éthique et politique dans notre rapport à la langue. Il y va dans notre liberté et il y va dans notre responsabilité. Ich denke, aktuell sieht man ganz gut, dass diejenigen, die wirklich an der Macht sind oder wirklich Entscheidungen treffen, wichtige Entscheidungen sind Unternehmen, ist tatsächlich aktuell nicht die Politik. Die Politik wäre eher an der Stelle aktuell zu sagen, wir müssen das einschränken, wir müssen den Einfluss, die Macht von großen Unternehmen in irgendeiner Art und Weise einschränken. Wir müssen es besser regulieren. Es kostet Zeit, es kostet Geld, es kostet Aufwand, einen Datensatz zu generieren, der in einer Sprache existiert, die nicht dominant ist. Also die nicht frei verfügbar ist. Ich kann nicht Unmengen an Texten aus dem Internet ziehen oder noch schwieriger ist es, wenn ich von gesprochener Sprache rede. Tatsächlich genug und gute Daten zu finden, klar gesprochene Datensätze zu haben, die sich gut eignen, um ein System zu trainieren, das Sprache oder Stimmen erkennen soll. Diejenigen, die natürlich am meisten Geld und am meisten Ressourcen hätten, wären große Unternehmen wie Google, wie Meta, Amazon. Dann ist natürlich die Frage, ist es von Interesse für diese Unternehmen, ist es wirtschaftlich, finanziell lohnenswert. In Nigeria sprechen die über 200 Millionen Einwohner 522 lebende Sprachen. Obwohl die offizielle Amtssprache Englisch ist, ist die von über 80 Millionen meistgesprochene Sprache Hauser. Gefolgt von Yoruba mit über 50 Millionen und Igbo mit über 30 Millionen. Die Amtssprache Englisch ist ein Erbe der Kolonialzeit und wird noch so lange bestehen, bis Artikel 55 der Verfassung verändert wird. For me, the main focus was making sure that we're collecting data in an ethical way, because we know that when the larger tech companies are looking to capture data, they try to do so either without, by spending the least amount of money as possible. And we wanted to make sure that we were doing so in an ethical way. And so we started a program where we hired data collectors. And I think that one of the things that we quickly realized was that when we're collecting data, we need to collect a broad diversity of data to capture idiosyncrasies that are specific to, even at the subregional level, at the town level. So, for example, even in Nigeria, from the area that my mother is from, the way they speak Yoruba is very different from the way they speak Yoruba in the area that my dad is from. Also, nehmen wir mal das Beispiel Übersetzung, automatisierte Übersetzung. Ich möchte aus dem Englischen beispielsweise in das Deutsche übersetzen und ich möchte dafür Google Translate benutzen, Google Übersetzer. Und ich möchte beispielsweise ein Wort wie Doktor ins Deutsche übersetzen und mir wird hauptsächlich die maskuline Form angeboten. Das ist problematisch in erster Linie, auch weil es eben halt nicht die Realität widerspiegelt. Und der Arzt spricht mit dem Patienten, dass wir für diesen Satz eben das Gegenstück in das Korpus mit aufnehmen und quasi die Ärztin spricht mit dem Patienten addieren zu dem Korpus. Das Problem bei diesen Sachen ist, dass das System dann im Allgemeinen schlechtere Resultate bringt, ist vielleicht vorurteilsfrei, stereotypenfrei, aber qualitativ ist die Übersetzung nicht mehr ganz so gut wie sie am Anfang war. – Les mots d'une langue ne se laissent pas exactement traduire dans une autre langue, en tout cas pas systématiquement, sans que beaucoup de choses bougent. L'expérience de l'intraduisible, elle vient du fait précisément que dans chaque langue, les mots ont une histoire, ils ont des connotations, ils ont des rapports avec les autres mots de la langue qui ne sont pas exactement les mêmes d'une langue à l'autre. Et c'est évidemment une expérience que j'ai faite en travaillant pendant au moins une dizaine d'années à ce livre, Le vocabulaire des intraduisibles, alors il a plusieurs noms, Le vocabulaire des intraduisibles, Directionnaire européen des philosophies, dirigé par Barbara Cassin. – Si vous prenez par exemple le terme de peuple, il a plein de connotations, il a plusieurs usages différents, plusieurs acceptations différentes en philosophie politique. Si vous le traduisez en russe par narod, en allemand par folk, en anglais par folk, c'est pas exactement la même polysémie, ça se laisse pas penser exactement de la même façon. C'est tous ces éléments-là qu'on appelle l'intraduisible. On est toujours dans l'entre deux langues, en réalité. C'est ça que ça veut dire, qu'on est toujours dans l'entre deux langues et qu'il faut apprendre à penser entre les langues. – In Deutschland unterscheidet man mindestens 16 Dialektfamilien. Plattdeutsch wird vor allem im Norden von 2,6 Millionen gesprochen, Bayrisch im Südosten von 12 Millionen. – Bei der Übertragung von Dialekten ins Hochdeutsche sind manche Programme überfordert. Doch als Deutschland 2020 die Ratspräsidentschaft übernahm, gelang dem DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, die Übersetzung in alle 24 EU-Sprachen. – Also ich finde, dass moderne Technologien, sprachliche Technologien und Anwendungen uns durchaus helfen, einander näher zu kommen, weil es Barrieren abbaut. Also ich kann heutzutage in ein anderes Land reisen ohne Probleme, spreche die Sprache nicht, aber ich habe mein Handy, ich kann einen Übersetzer benutzen und kann mich fast problemlos verständigen. Ich finde, dass es schon ein großer Vorteil ist, der Hürden mindert und der Menschen zusammenbringt. – Les circonstances de ces dernières années, la pandémie, etc., font qu'on a été souvent confrontés à cette expérience du deuil et des condoléances. Que serait une vie dans laquelle nous aurions une formule de condoléances qui serait exactement la même en toutes circonstances et pour n'importe qui, quel que soit celui dont on veut partager le deuil, celui ou celle dont on veut partager le deuil. Encore une fois, l'expérience esthétique serait une sorte de formule que nous aurions à peu près pour chaque film, pour chaque pièce de théâtre, pour chaque chose que nous… Donc nous sommes en permanence exposés au risque d'avoir un rapport formaté à la langue, quelque chose de programmé. – ChatGPT est un sort de chatbot qui a été développé par une organisation appelée OpenAI. Et ChatGPT a obtenu de la meilleure performance en termes de coherence et de la capacité de synthétiser les réponses de l'entreprise de l'entreprise d'un commercial chatbot. Et c'est raising des questions sur l'automation, la future du travail, et aussi des questions sur l'avance de l'utilisation des large-scale modèles. Et le fait que l'utilisation des modèles de l'entreprise d'un potentiel pour environnemental harm. Je pense que c'est pas juste une question de ce qu'il peut atteindre, mais c'est une question de ce qu'il peut atteindre, et c'est aussi, unfortunately, une question de l'économie. Et ce pourrait être un scénario où l'économie et le capitalisme peut peut-être sauver le jour, parce que nous regardons un scénario où l'économie de l'économie de l'entreprise d'une des modèles est assez haute et peut-être pas totalement efficace. Et donc, c'est un cas où le capitalisme peut peut-être sauver le environnement. C'est un cas où il peut être très grave, si c'est un cas où les choses comme des oucredisentement, qu'ils permettent d'un sens de la empathie pour l'intervention, que les gens qui ont dit, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui a vraiment d'un. Aber leider gibt es halt auch immer wieder diese Fälle, dass in wirklich gefährlichen Situationen, wo es wirklich darum geht, Menschen, die psychische Erkrankungen haben, die vielleicht depressiv sind, Suizidgedanken haben, dass diese Menschen sich an solche Systeme, an solche Software wenden, aber von der Software nicht unbedingt erkannt wird, wie gefährlich eine Situation sein kann. Wir leben natürlich in eine pluralistische Welt, wo viele Leute sprechen viele Sprachen. Und so, ich denke, die Hauptperspektive ist eher eine der, dass alle diese Sprachen sind in dieser broader globalen Dialog, um digitales Services, um technologische Services, die sich in die Art und Weise verändern, mit commerce, mit Kunst, mit Kunst, mit Kunst, mit Kunst. Wir benutzen Dinge wie Ironie, Sarkasmus, Metaphern, alles Dinge, die mein Computer bisher fast nicht wirklich verstehen kann. Also weder verstehen noch selbst zufriedenstellend gebrauchen kann. Und man versucht zwar immer mehr, Algorithmen zu füttern mit so vielen Informationen wie möglich, mit Kontextinformationen, mit Hintergrundinformationen. Aber ich denke, dass es sehr, sehr schwer sein wird, an ein Level heranzukommen, was wirklich menschlicher Sprache gleicht. – Heureusement qu'il n'y a pas qu'une seule langue à venir. Si on disait la langue à venir, ce sera le globisch. Si on disait la langue à venir, ce sera celle de supercalculateur. Si on disait, ça sera une langue universelle, que tout le monde parlera exactement de la même façon, mais ce serait un monde cauchemardesque. Heureusement que nous allons encore continuer à inventer dans la langue, à hésiter quand nous devons traduire d'une langue à une autre, à nous tromper parfois. Heureusement que nous allons encore être confrontés à l'expérience de la polysémie au sein de notre propre langue, qu'il y aura encore des malentendus, heureusement que les langues vont rester historiques, soumises à un devenir qui est lié à ce qui se passe de l'une à l'autre, qui se passe entre elles. Donc il n'y a pas une langue à venir, il y a des langues à venir, et chaque être humain en porte la responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada